Oh mein Gott, das sind direkt richtig viele! Oh! Oh! Wow! Und Nerv macht Andi Musik! Los geht's! Hey Freunde, wir sind heute mit Nerv in einer alten Fabrikhalle und werden hier in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Und die ersten Challenge seht ihr auch schon hinter uns aufgebaut. In der ich dich jetzt gleich besiegen werde. Ne, 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 so funktioniert das nicht, komm Nerv, wir packen es. Heute wartet sehr viel Action auf uns. Hi, ich bin Fabian, ihr kennt mich vielleicht von YouTube, wir machen viele Abenteuer-Videos und heute hier bei Nerv eine coole Challenge. Hi, ich bin Dave, viele werden mich vielleicht auch von Twitch, YouTube oder Instagram oder so kennen und ich mache größtenteils Gaming-Videos. Ich erwarte heute sehr, sehr viel Action, also ich glaube wir werden hier unfassbar viel heute erleben, viel Sport machen, hoffentlich werde ich das Ding heute gewinnen. Von der heutigen Challenge erwarte ich viel Action und Spaß und auf jeden Fall werde ich heute Fabian besiegen. Challenge 1 von 3. Rollt durch die Halle und feuert im Vorbeifahren auf die Becher. Jeder umgeworfene Becher bedeutet einen Punkt. Beide Spieler haben zwei Versuche. Gespielt wird mit dem Nerv-Elite Double Punch. Das ist Action, komm Merv, schieb mich an und los geht's. Oh mein Gott, es geht schon los, es geht schon los hier. Oh mein Gott, das sind direkt richtig viele, aber er hat nicht mehr viel Schuss. Oh mein Gott, er räumt hier alle weg. Oh, oh, wow. Alter, wow, das war echt viel, jetzt müssen wir mal zählen, das sind 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19. So Fabian, wie viele Becher habe ich umgefeuert? Boah, du hast echt gut vorgelegt, du hast einfach 30 Becher umgefeuert, richtig stark. Na dann auf jeden Fall viel Erfolg für Glück beim Nachlegen. Da habe ich jetzt echt was vor mir. Meine Blaster-Skills, ich hoffe mal, dass ich auf diese Fähigkeiten zurückgreifen kann, die ich vor 10 Jahren hatte. Meine Blaster-Skills, so eine solide 7 von 10, von Fabian maximal eine 4 von 10. Okay, 30 Stück ist auf jeden Fall eine Ansage. Let's go! Sehr schau, sieht bis jetzt ganz gut aus. Ordentlich abgeräumt. Oh, echt? Nein, ich habe keine Darts mehr. Oh, jetzt bin ich echt gespannt. Bitte, lass das 31 sein. Beim ersten Pass hat er einfach 12 Becher umgefeuert. Und hier nochmal 12. Und hier sind es insgesamt 7 Becher, also komm Fabian, einfach auf 31 Becher. Und hat somit 1 Becher mehr wie ich abgefeuert heute. Aber wir haben ja noch 2 dafür vor uns. Du bist jetzt wieder dran. Und jetzt werde ich auf jeden Fall nachlegen. Aufgeregt? Der Druck wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen höher. Letzte Runde, du musst aber Vollgas geben. Okay, auf 3, 2, 1, los! Oh ja, die sehen gut aus. Ah, da war der 1. vorbei, aber das eigentlich ist nicht drückt. Ah, und hier wird es wieder sehr, sehr spannend. Leider keine Darts mehr übrig. 10, 8, 9, 14, 15, du hast schon wieder 30 umgefeuert. Echt? Was ein Zufall. Okay, das ist krass. Leute, Fabian muss jetzt auf jeden Fall mindestens 30 Stück bekommen, damit er hier das ganze gewinnt. Fabian, bist du bereit an der Stelle? Natürlich bin ich bereit. Dann ab geht's. Er freut die ersten Böche ab. Oh, der erste war sehr, sehr gut gewesen. Der zweite war sogar noch besser gewesen. Das kann wirklich super eng werden. Und beim dritten hat er einige nicht ganz so getroffen. Ich bin sehr gespannt. Ah! 12. 23. Und jetzt will es hier auf den entscheidenden Böcher abgehen. 32, 33. Und nein, Fabian hat einfach insgesamt 33 Böcher. 33, no way! Geil! Also hast du die erste Challenge einfach gewonnen. Geil! Aber Fabian, wirklich, du hast den Respekt. Das Freeport fahren bist du für den besten Weg. Sehr stark gemacht. Yes! Und ich würde sagen, wir starten direkt in die nächste Challenge. Fabian, also wie gesagt, du kannst gerne denken, dass du gewinnst. Schnall dich an. Ich werde auf jeden Fall 100 Prozent geben. Challenge zwei von drei. Lauft um den markierten Bereich herum. Sobald die Musik stoppt, gewinnt der Spieler den Punkt, der den Becher zuerst trifft. Der Spieler, der zwei Runden für sich entscheiden kann, gewinnt. Um den Becher umzufeuern, liegen die Nerf-Elite-Blaster Double Punch, Ranger und Commander bereit. Reise nach Jerusalem mit Nerf. Also keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und Fabian, welchen Nerf-Blaster wählst du aus? Ich glaube, ich nehme einen Double Punch. Und du? Das sage ich dir doch nicht. Ah, ja! Und Nerf, mach an die Musik! Los geht's! Oh! Nein, nein! Genau, die war ich nicht! Oh! Jawoll! Der erste Punkt, Leute, geht an mich! Hattest du auch den Commander? Ja, ja. Aber gut, dann war es ausgelegt in dieses Duell. Dann herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Aber wir spielen ja noch eine Runde, ne? Ich habe nämlich noch eine kleine Geheimtaktik, die darf ich ja noch nicht wissen. Jetzt wird Fabian abgezogen, Leute! Ich feiere sehr die Turbine und den Double Punch. Vorhin schon ein bisschen ausprobiert. I love it! Merf, ab geht's in Runde Nr. 2! Meine Taktik! Du kannst weiter! Ach so! Ich bleib hier einfach an meiner. Na, na! Na, na! So nichts! Das ist meine Taktik! Das war der 2. Punkt, Fabian. Gute Taktik, aber am Ende dann doch klar überlegen. Gute Taktik, aber am Ende dann doch. Klar überlegen. Herzlichen Glückwunsch. Damit wird es richtig spannend, weil es ist 1 zu 1 und die letzte Challenge entscheidet jetzt, ne? Jetzt geht's ins Finale. Boah, bin ich aufgeregt. Ja. Ja, nicht schlecht, Fabian. Vielleicht gewinnt's ja beim nächsten Mal. Finale Challenge. Absolviert so schnell wie möglich die drei Laufrunden und trefft zweimal alle Becher. Wer vorbeifeuert, muss nachladen und der schnellste Spieler gewinnt. Gespielt wird mit dem Nerf-Elite Commander. Finale! Bist du ready? Fabian, ich bin absolut ready und ich werd dich jetzt abziehen. Das sag ich früher. Das glaub ich nicht, das glaub ich nicht. Ich glaub ich werd dich abziehen. Ich kann schon, ich kann schon verlieren. Also, aber ich bin auch ehrgeizig. An Nerf find ich auf jeden Fall cool, dass man das überall spielen kann und auch jederzeit. Und man braucht doch nicht so viel dafür. Eigentlich nur ein Blaster und ein Kumpel. So Dave, ich mach dich jetzt platt. Auf die Plätze. Fertig. Los! Auf die Plätze. Oh, oh, oh. Ja, das soll ich. Du musst gar nicht weiter schufen. Ich hab deswegen gewonnen. Fabian, sehr, sehr stark. Verdient gewonnen, Leute. Ich will auf jeden Fall eine Revanche. Aber zuerst bekomme ich meine Darts-Krone. Danke, danke, danke. Wirklich sehr stark gemacht. Ja, ich bin so aus der Brüste. Verdient gewonnen. Im Grunde steht dir auch echt gut. Danke, danke, danke. Wenn ihr das Video gefeiert habt und mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und mein Bester, die Revanche, will ich zu 100% hier sehen. Die bekommst du. Wird ja nicht hier bringen, aber schalt auf jeden Fall ein, wenn es wieder heißt. NERV! So geht's Action!